Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Männerküche.com, eurem Grillshop in Ettlingen. Heute möchte ich euch keinen Grill vorstellen, sondern das gute Stück hier. Das ist ein Modul oder ein Schrank von der Firma Kamado Space. Das gibt es auch eine Nummer kleiner und größer. Das ist jetzt das Kamado Space Infinity. Darin könnt ihr eure Einbaukeramikgrills hineinstellen oder auch ein Kugelgrill. Das funktioniert auch. Die Kamado Space Module sind für alle Keramikgrills geeignet, herstellerunabhängig. Die Firma Kamado Space fertigt nur Schränke und keine Grills. Die Schränke können sie auch fertigen. Ich finde, das ist von der Qualität wirklich High End. Bei allem, was wir hier aufgebaut haben, finde ich das mit am hochwertigsten, wenn nicht sogar das hochwertigste. Das fängt schon bei der Montageanleitung an, in der steht, in welchem Karton welches Teil drin ist. Also wenn man jetzt in der Montageanleitung bei Punkt 4 ist und da steht dann, man braucht dieses Teil, dann steht auch in welchem Karton dieses Teil ist. Fand ich sehr gut bei der Montage. Es passt auch alles super zusammen beim Montieren. Man merkt auch bei dem Material, auch jeder Kunde, der hier schon war, der die Schubladen auf und zu macht, der sagt, das ist echt was sehr hochwertiges. Das ist jetzt kein klassisches Made in China Ramsch Produkt. Das merkt man auch. Das Ganze wird in Litauen gefertigt. Ist wie gesagt ziemlich hochwertig, hat mir sehr gut gefallen. Das möchte ich euch jetzt hier heute vorstellen. Das ist wie gesagt das Kamado Space Infinity Island. Wir haben jetzt ein Monolith Classic hier hineingestellt. Darüber werden wir noch ein separates Video machen. Es gehen aber auch, wie gesagt, Keramikgrills von so gut wie allen Herstellern hinein. Hier oben ist eine Edelstahlplatte. Hier ist jetzt noch die Schutzfolie drauf. Die wollte ich nicht abziehen, damit hier in der Ausstellung keine Kratzer reinkommen. Wenn ihr so ein Modul möchtet, dann gebt uns einfach an, was für einen Grill habt ihr oder was für ein Grill soll hier hineinkommen. Ihr könnt auch einen klassischen Kugelgrill hier hineinstellen. Ihr könnt auch einen Kamado Joe Junior hier einstellen. Es gibt auch Module für die wirklich großen XL Keramikgrills, auch für die ovalen Keramikgrills. Ist alles kein Problem. Kann man bei der Bestellung angeben. Dann wird dieser Ausschnitt in der Platte entsprechend angepasst, so dass euer Grill hier hinein passt. Die Fronten, die wir hier sehen, die gibt es in verschiedenen Farben, so wie sie hier bei den Mustern abgebildet sind. Die Farben, das muss ich jetzt kurz ablesen, die heißen Olive, Sahara, Tanne, Platin, Barriqueiche und Kohlengrau. Mir hat jetzt diese Farbe am besten gefallen. Das ist aber alles Geschmackssache. Kohlegrau finde ich auch ganz gut, nachdem ich es mal live gesehen habe. Da hat sich ein Kunde dafür entschieden. Ist so ein bisschen jetzt eine Trennfarbe, alles so ein bisschen matt-grau, matt-schwarz. So in die Richtung geht es. Die Fronten, das sind zehn Millimeter HPL-Platten. Das Ganze ist auch outdoor geeignet. Die Edelstahlplatte hier oben, das ist 304er Edelstahl. Die ist 1,2 Millimeter dick. Das Ganze ist für einen Outdoor-Bereich, für eure Outdoor-Küche auch geeignet. Das Ganze ist nämlich frost- und hitzebeständig. Was nicht Edelstahl ist, sondern aus normalem Stahl wurde feuerverzinkt, pulverbeschichtet und ist dann aus 1 Millimeter dickem Stahl. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, habe ich ja hier eine Abdeckung. Das seht ihr sehr schön clean aus, sehr sauber und aufgeräumt. Ich sehe das Unterteil vom Keramikgrill nicht, aber ich muss ja irgendwie mal die Asche herausholen. Dann kann ich das hier einfach herablassen. Und dann komme ich hier ran, kann meine Asche herausholen. Ich würde jetzt hier natürlich alles einsauen. Tomatos hat aber mitgedacht. Und hier ist ein kleines Aschefach, wo mir dann Asche hineinfällt und so fällt mir nichts in den Unterschrank. Finde ich sehr clever. Wenn wir dann das Ganze wieder hier oben einsetzen, haben wir hier unten Auszüge. Die gehen auch über die gesamte Tiefe von dem ganzen Schrank. Das heißt, ich bringe hier meine Pizzasteine unter, Drehspieße oder Pizzaheber, Deflektorsteine, Gussplatten, Gussroste, was sich alles so ansammelt. Da haben wir hier vier Stück an der Zahl. Und da kann ich schön alles verstauen. Hat auch Soft-Close Einzüge, was mir ganz gut gefällt. Hier geht es weiter mit Schubladen. Die sind auch relativ groß. Geht auch wieder über die gesamte Tiefe. Wir haben jetzt hier unsere Prospekte verstaut. Geht auch sehr leichtgängig. Hat auch wieder wie gesagt Soft-Close-Funktion. Und das hier hat mir ganz gut gefallen. Das hier ist auch ein Auszug. Und hier kann ich einfach meine Kohle verstauen. Sehr clever. Wie so ein kleiner Apothekerschrank, so ein kleiner Auszug. Kompletter Sack Kohle rein. Verschwinde dann hier drin. Auch wieder mit Soft-Close-Funktion. Also alles durchdacht. Hier oben die Platte ist wie gesagt aus Edelstahl. Das ganze Modul steht auf Rollen. Ich kann es also schön hin und her bewegen. Wobei aufgrund vom Eigengewicht plus dem Keramik-Grill wäre das Ganze ein bisschen schwierig zu bewegen. Aber ich hätte die Möglichkeit dazu, es einfach mal weg zu bewegen, wenn ich auf der Terrasse sauber machen will oder was auch immer. Hier an der Seite habe ich noch ein Ablagefach. Da haben wir jetzt Butcher-Paper gelagert. Da kann ich aber auch Soßenflaschen oder sonst irgendwas mal ablegen oder beim Grillen kurz die Zange hinlegen und 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 und. Hier habe ich noch Bügel beziehungsweise Stangen, wo ich was einhängen kann. Auch wieder Grillzahn, Grillbürste, was auch immer so anfällt. Oder mal ein Handtuch kann man hier schön ablegen. Dann zeige ich euch die ganzen Auszüge nochmal vom Nahen. Hier haben wir das Ganze nochmal in Nahaufnahme mit den Auszügen. Da seht ihr das Ganze nochmal besser. Da kann ich wirklich einiges verstauen und habe dann alles an einem Ort. Hier kann ich noch Gussroste, Gussplatten und so weiter verstauen. Vier Auszüge an der Zahl und hier oben kann ich dann öffnen, um die Asche zu entsorgen. Und hier habe ich nochmal dieses kleine Fach. Das ist einfach ein kleiner Edelstahlbehälter, den kann ich dann auch aushängen, damit ich ihn mal sauber machen kann. Und hier haben wir eben diese Schubladen, die relativ groß, relativ tief sind vor allem. Man sieht auch, wenn ich die herausziehe, die hängt nicht durch. Hier ist das Ganze metallisch und hier eben diese Front mit Soft-Close-Funktion. Hier habe ich drei von diesen Schubladen. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, unsere Prospekte verstaut. Und hier an der Seite habe ich nochmal meinen Auszug für die Holzkohle. Habe ich auch massig Platz. Der Sack ist voll. Da sind acht Kilo drin. Die Schublade hebt das locker. Da passiert überhaupt nichts. Ist sehr stabil. Hat auch wieder Soft-Close-Funktion. Hier an der Seite habe ich nochmal ein Ablagefach. Da haben wir, wie gesagt, unser Batschopheber gelagert. Und hier an der anderen Seite habe ich nochmal ein paar Stangen angebracht. Da kann ich dann, wie gesagt, auch mal was hinhängen. Handtuch hinhängen. Oder einfach Grillzangen und so weiter. Grillbürste einhängen. Da sind auch Haken dabei, die ich hier platzieren kann. Das sind drei Stangen an der Zahl. Da bringe ich also dann auch was unter. Die drei Schubladen haben jeweils 68 Liter Inhalt. Da könnt ihr super eure Dutch Ovens verstauen. Pfannen, Töpfe, vielleicht ein Wok, was auch sonst anfällt. Die sind wirklich groß. Und der Auszug hat 179 Liter feuren Kohlesack. Da passen auch diese großen Säcke Kohle rein. Also 8 Kilo oder bis zu 10 Kilo Sack passt da auch hinein. Mir gefallen vor allem diese Auszüge hier unten, weil ich kenne das von mir zu Hause. Ich habe einen drehspießiger Pizzastein, meine Grillbürste und alles Mögliche. Wo macht man das hin? Das fährt in jeder Ecke irgendwo rum. Diese Auszüge finde ich super, finde ich Gold wert. Gerade beim Keramikgrill für Deflektorsteine und so weiter, Pizzasteine, was so alles anfällt. Das kann ich hier super verstauen in diesen Auszügen. Da habe ich massig Platz. Genauso mit diesen Schubladen. Ich finde das ganz clever. Ich kann mir ein Modul holen und habe praktisch eine Außenküche. Ich kann mir hier den Keramikgrill reinstellen, habe hier noch Arbeitsfläche. Ich kann mir hier auch noch einen Pizzaofen draufstellen. Oder in dem Fall habe ich jetzt einen Monolith Classic. Viele haben auch einen zweiten Keramikgrill, vielleicht einen Junior oder den Icon. Den kann ich hier auch super platzieren. Wenn ich jetzt einen LeChef habe, also diesen großen Keramikgrill von Monolith oder egal von welchem Hersteller, dann ist der ganze Schrank größer. Im Prinzip ist der gleiche Schrank mit den gleichen Funktionen, nur eben größer. Da bringe ich dann die großen Keramikgrills unter. Ich bekomme auch ein kleineres Modul. Dann habe ich aber keine Schubladen, sondern habe hier einfach Türen. Ich fand das aber mit den Schubladen und vor allem diesem Auszug super für den Sack Kohle. Und auch Schubladen finde ich super für eben Grillbürste, Grillzange und so weiter, weil das Ganze an sich ist nicht groß, nimmt aber viel Platz weg aufgrund der Länge und das kann ich hier schön verstauen. Und ich habe mal alles an einem Ort. Von den Materialien finde ich das wirklich hochwertig, wie gesagt. Kamado Space hat sich da was gedacht. Die wissen, wie man Schränke baut. Die haben mit Grillz an sich wenig zu tun. Die bauen keine Grillz, sondern nur Schränke und das können sie dann auch, was mir sehr sympathisch ist. Da ist jetzt kein Grillhersteller gekommen und gesagt, wir kaufen jetzt irgendwelche Schränke und verkaufen die als Outdoor-Küche, sondern die bauen einfach nur diese Schränke. Sehr durchdacht, wie gesagt, von der Funktionalität und auch von der Qualität. Wirklich Daumen hoch. Kann man nur empfehlen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Modul, schreibt sie uns in die Kommentare. Ich werde versuchen, diese zu beantworten. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.